Hör mal, der Christian Wulff, der ist schon so arm, der kriecht Unternehmern tief in den Darm. Ob Urlaub auf Malle oder auf Norderney, gibt's was umsonst, Christian Wulff ist dabei. Es heißt, wenn der durch Kölle rennt, der Kütter-Klüngel-Präsident. Ich sage, Christian, wie ist es, was mäßte dann so? Lurte mich an und grinste jans froh, für die Antwort hätte er sich ja nicht geniert. Bei mir alles bestens, es läuft wie geschmiert. Aber, aber, wenn die Bild-Zeitung da drüber schreibt und es dabei leicht übertreibt und fragt nach amerikanischem Touch, wer hat da jetzt was auf die Mailbox gequatscht, dann kriege ich allmählich zu viel und frag mich, was ist das für ein seltsames Spiel. Seit wann ist dann hier, das ist doch nicht normal, die Bild-Zeitung-Hüter der deutschen Moral? Hm Hm